hey freunde was geht ab ich war an diesem wochenende mal unterwegs für euch und zwar war ich bei den ersten retro gaming days in bochum diese fand an der johannathalle in dampfgebläserhaus statt und das ganze wurde von insert coins ins leben gerufen wer insert coins nicht kennt insert coins e.v. ist ein total cooler verein aus herne der es sich zur aufgabe gemacht hat die videospiele kultur zu wahren und zu fördern gegründet wurde dieser verein 2014 mehr oder weniger aus einer laune heraus und ich muss sagen die vereinsmitglieder die ich vor ort auf den gaming days kennenlernen durfte waren sehr nett und man hat ihnen direkt angemerkt dass sie diesen verein wirklich leben und lieben aber schaut euch jetzt einfach mal mein video an welches euch in eine zeitreise der gaming welt entführen wird und anschließend werden die jungs von insert coins noch ein paar tiefgründige infos für euch raushauen ich wünsche euch viel spaß bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal. 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 Mein Name ist Peter Rothkamp. Ich bin zweiter Vorsitzender des Vereins Insart Coins TV aus Herne. Und wir veranstalten heute hier zusammen mit der Jahrhunderthalle im Dampfgebläsehaus Halle. Kunst und Kultur im Dampfgebläse Haus ist heute ein Punkt aus der großen Reihe. Da sind wir Teil von. Wir freuen uns, dass wir auch als Kunst und Kultur anerkannt werden. Das ist ja immer ein schwerer Kampf mit Videospiele. Sind sie Kunst, sind sie Kultur. Wir meinen ganz klar Jahr. Die Jahrhunderthalle sieht es aus. Das ist schön. Wir freuen uns ja hier zu sein. Und die Videospiele, die Konsolen, die PCs, die Flipper präsentieren zu können. Von 1972 bis fast zur aktuellen Zeit haben wir eine komplette oder eine schöne Auswahl mitgebracht, dass jeder sich auch wieder findet, dass jeder seine Juden wiederfindet oder den Kindern teilweise Zeiten kann, wo der Papa, die Mama früher mitgespielt haben. Das ist einfach sehr schön, das immer wieder zu sehen, wie die Begeisterung der Spiele und der Spieleeraus sich dann niederschlägt. Vielleicht nochmal ein Wort zu unserem Verein. Ich meine, das war jetzt die Veranstaltung. So was machen wir häufiger, solche Veranstaltungen. Wir haben natürlich auch einen eigenen Verein in St. Coins TV, in Erne, wo wir uns eigentlich auf die Fahne geschrieben haben, genau solche Geräte zu erhalten und Leuten auch zugänglich zu machen. Also wenn man noch nie mit einem Pong-Gerät gespielt hat oder ein C64 in der Hand hatte oder sowas, oder das mal früher in der Hand hat und das immer noch mal wieder sehen möchte, hat man die Möglichkeit bei uns halt während unseren Öffnungstagen, zum Beispiel am 30.03. ist der nächste, zu uns zu kommen und wirklich an allen Geräten zu spielen. Wir sind kein Museum, man darf nicht nur angucken, sondern auch anfassen. Und das Motto von uns ist halt auch Gaming History zum Anfassen, zum Erleben. Und genau das ist das, was wir versuchen halt rüberzulegen. Und es scheint noch zu gelingen. Es gibt schon ein paar Clubs, die sowas machen definitiv, aber ich glaube, wir sind in Nordrhein-Westfalen schon reiner guten Clubs. Wir sind gut und breit aufgestellt und mittlerweile Retro-Gaming im Ruhrgebiet, ich glaube, da geht so langsam kein Weg an uns vorbei. Das haben wir uns erarbeitet. Wir machen wirklich viele Veranstaltungen, wir sind sehr aktiv und wir merken auch ganz so langsam, dass sich die Arbeit auch bezahlt macht, dass wir kriegen so viele positive Resonanzen. Ja, und das ist aber nett. Teilweise sind wir überwältigt und es spornt uns auch gleichzeitig an, weiterzumachen, weil wir scheinbar eine ganze Menge richtig machen. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir so tolle Mitglieder haben. Wir sind mit 50 Leuten, der Verein, und das ist wirklich Hand in Hand, was jetzt gemacht wird. Wir renovieren jetzt gerade die neuen Vereinsräume, wo wir einziehen. Und da haben wir von Elektriker über einen Gas-Wasser-Installateur, Leute mit dabei, die uns helfen. Leute, die ganz viel streichen, die aufräumen, die Podeste bauen, Holz bauen und so weiter. Und wir haben eine ganze Menge bei uns im Club und das ist halt so schön bei uns im Club. Das ist halt so ein Miteinander komplett. Und wir sind sehr stolz auf die Vereinsmitglieder hier. Also wir haben schon eine Mario Kart Wall, da kann ich vielleicht noch ein paar Worte zu sagen. Wir haben, das ist schon im alten Clubheim auch schon gewesen, eine Mario Kart Wand gebaut, wo acht große Fernseher, also Röhrenfernseher drin verbaut sind, acht Game-Flugs mit verbaut sind, die untereinander vernetzt sind, so dass man mit acht Leuten gegeneinander Mario Kart spielen kann und dabei auch nur bequem sitzen kann. Und was wir noch dazu gebaut haben, wir haben eine eigene Software dazu gebaut, die komplette Auswertung macht, wer ist, auf welchen Platz nach jedem Rennen gekommen. Nach jedem Rennen werden diese Werte zusammenaddiert. Wir haben Turniere laufen, wir haben dieses Jahr gerade unser Mario Kart Double Dash Jahresturnier laufen, 2019. Da hatten wir jetzt die erste Veranstaltung, jetzt letzte Woche Samstag, Plätze sind für nächstes Mal auch noch frei. Ja, und die Wand wird halt sehr groß angenommen. Also nur mal so ein paar Zahlen, das sind anderthalb Tonnen Holz und Geräte, die wir da verbaut haben. Also das ist nicht wenig und das ist schon sehr eindrucksvoll. Die sind offen, also man kann auf unsere Homepage kommen, kann sich anmelden, es gibt ein Anmeldeformular und dann kann man halt auch da mitfahren. 450 Quadratmeter ungefähr, mit Optionen oft noch mehr. Also schon gut und groß und wir kriegen es aber auch voll. Aber es wird nicht leer darstellen. Wir treffen uns Mittwochs von 17 bis 22 Uhr immer. Jeden Mittwoch? Jeden Mittwoch. Jeden Mittwoch. Für Vereinsmitglieder oder für Interessenten, die schreiben uns halt vorher kurz an. Genau. Nach Anmeldung, der muss ich dann bei euch. Ja, nach Anmeldung, man kann auch gerne spontan vorbeikommen, nur dann kann man damit rechnen, dass wir im Arbeitswahn sind im Moment. Muss man dann mit fast schon rechnen und dass man dann zwar herzlich empfangen wird, aber dass man, dass dann derjenige auch wieder weiterarbeiten muss, weil unsere Deckland ist der 30. Dritte. Aber wie gesagt, auch zwischendurch ist uns jeder willkommen. Vielleicht hat ja jemand nur schon die Gedanken gemacht. Genau, womöglich auch das. Genau. Das war der ehemalige erste Vorsitzende, der hat sich mit ein paar Kumpels getroffen, immer wieder um Mario Kart zu spielen, eben Mario Kart Double Dash. Darum, das zieht sich durch den ganzen Verein durch. Und ja, warum sollen wir, man kann Mario Double Dash immer schon verletzen. Neu ist jetzt unsere Software und diese monströse Aufbauweise. Und vorher haben sich die Kumpels immer getroffen und die Gerätschaften mitgebracht, alles neu vernetzt. Und das sah nie gut aus. Und dann haben wir die Idee, wie wäre es denn, wenn wir eigene Location hätten, wo wir das zocken können. Und es ist fest aufgebaut und es hielt womöglich auch schön aus. Und daraufhin wurde der Verein gegründet. Und etwas später sind dort unter anderem wir und auch viele andere Enthusiasten dazugekommen, die den Verein auch immer weiter aufgebaut haben. Und ja, es war immer ein sehr gesundes Wachsen. Irgendwie jedes Mitglied passt immer ganz perfekt zu uns, weil jeder hat andere Skills. Viele Leute fragen uns, ich habe aber keine Automaten, ich kann auch nicht, ich kann eigentlich nur spielen. Aber auch dieses Mitglied kann irgendwas, was er selber gar nicht weiß, was gut ist, was er auch für den Verein gebrauchen kann. Und bisher, jedes Mitglied hat seinen Platz gefunden und ist total wertvoll. Wenn ich mal sage, von den Mitgliedern her, wir haben Leute, die sind gerade mal 20 und Leute sind fast an die 60. Also wirklich komplett durch, wir haben Männer und Frauen da. Also es gibt keine Altersbegrenzung, weil Männer, Frauen ist vollkommen egal. Das ist so in der richtigen Fall. Ja, genau. Die Liebe zum Spiel muss da sein und da ist uns jeder. Willkommen oder zu den Spielen. Ja, aber ja. Ja, ich mache da mal die Ansage. Am 30.03. findet bei uns in Herne, bei Insight Coins e.V. die nächste Veranstaltung statt. Die Großveranstaltung, unsere neue Eröffnung. Wir sind auf 450 Quadratmeter einfach zu finden. Auf der Seite www.insight-coins.com kriegt ihr alle Informationen über unser Upgrade eigentlich. Das ist ja ein Upgrade von uns. Und ich hoffe, dass ihr alle kommt. Und folgt uns auf Facebook, auf Instagram. Findet ihr uns auch. Folgt uns. Kommt vorbei. Auf bald. Auf bald.